Und dann viel Spaß beim Test. Ich starte jetzt hier ein paar Mal ab 60 Minuten. Um den deprimierten Schülern der Klasse 46 BG 31 am Montagmorgen eine Freude zu machen, beschließt die Lehrerin kurzerhand einen Test zu schreiben. So, die letzten Minuten. Und dann abnehmen. Willst du den Test? Ganz gut, ganz gut. Hab ein gutes Gefühl. Oh, um Gottes Willen. Okay, jetzt ist das Datum richtig geschrieben. Oh Gott, mit denen kann man ja gar nichts anfangen. Das geht doch so nicht. Wie kann man denn so dämlich sein? Oh Gott, so kann es hier nicht weitergehen. Voller Wut begann die Lehrerin nun, sämtliches Wissen zusammen zu mischen, um die Intelligenz der Schüler zu steigern. Ich habe mal zum einen Zeichen. Obst du diese Lehrerin sich vom Lehrerin an den Mann? Wie kann es hier in der�leven? Allerdings die Lehrerin. Ich kann nicht gerne sagen. Die Lehrerin ist so schön. Die fertige Substanz möchte sie nun allen Schülern einflößen. Oh mein Gott, was ist Google? Ich entfache nur Seibs. Heute wollen wir uns kanzlerieren in Hütteln. Ah, Schatz. Das hat sie jetzt nach euch elendem Hütteln schütteln. Du bist jetzt geheilt, Alter. Ich habe dich geüttelt. Ja! Ich habe ein bisschen geüttelt.